13. Das Kind der Höhle 13a Nefer-Cheperu-Re-Amenhotep war damals so alt wie Josef, der nun als ein Dreißigjähriger vor ihm stand gewesen war, als er, ein Hirte des Viehs, ward mit seinen Brüdern und den Vater ums bunte Kleid beschwatzte, nämlich 17. 13. Doch schien er älter nicht nur, weil in seiner Zone die Menschen rascher reifen, auch nicht allein durch die Anfälligkeit seiner Gesundheit, sondern auch Kraft seiner frühen Verpflichtung auf das Weltganze. Vielfältige Eindrücke, die aus allen Himmelsgegenden kommend seine Seele bestürmt hatten und seiner eifrig-schwärmerischen Bemühtheit um das Göttliche. 14. Bei der Beschreibung seines Gesichts unter der runden blauen Perücke mit Königsschlange, die er heute über der Leinenkappe trug, dürfen die Jahrtausende uns nicht von dem zutreffenden Gleichnis abschrecken, 15. dass es aussah, wie das eines jungen, vornehmen Engländers von etwas ausgeblühtem Geschlecht, langgezogen, hochmütig und müde, mit nach unten ausgebildetem, also keineswegs mangelndem und dennoch schwachem Kinn, 15. einer Nase, deren schmaler, etwas eingedrückter Sattel die breiten, witternden Nüstern desto auffallender machte, und tief träumerisch verhängten Augen, von denen er die Lieder nie ganz aufzuheben vermochte, und deren Mattigkeit in bestürzendem Gegensatz stand zu der, nicht etwa aufgeschminkten, sondern von Natur krankhaft blühenden Röte der sehr vollen Lippen. 15. so war eine Mischung schmerzlich verwickelter Geistigkeit und Sinnlichkeit in diesem Gesicht, auf der Stufe des Knabenhaften und vermutlich sogar des zu Übermut und Ausgelassenheit Geneigten. Hübsch und schön war es mitnichten, aber von beunruhigender Anziehungskraft. Man wunderte sich nicht, dass Ägyptens Volk ihm Zärtlichkeiten erwies und ihm blumige Namen gab. 16. auch nicht schön, sondern eher seltsam und teilweise etwas aus der Form gegangen, war auch Pharaos die Mittelgröße kaum erreichende Körpergestalt, wie sie da, in der leichten, wenn auch auserlesen kostbaren Kleidung, sehr deutlich erkennbar, in einer Lässigkeit, die nicht Unmanier, sondern einen oppositionellen Lebensstil bedeutete, in den Kissen hing, der lange Hals, die von einem wundervollen Steinblütenkragen halbbedeckte, schmale und weiche Brust, die dünnen, von getriebenen Goldreifen eingefassten Arme, der von jeher etwas vortretende Bauch, freigegeben von dem vorn tief unter dem Nabel ansetzenden, hinten aber hoch den Rücken hinauf reichenden Schurze, dessen prachtvoller Vorderbehang mit Urän und Bandfransen geschmückt war. Dazu waren die Beine nicht nur zu kurz, sondern auch sonst noch ohne Verhältnis, die unteren aber fast hühnerartig mager erschienen. Amenhotep hielt einen Bildhauer an, diese Eigentümlichkeit nicht nur nicht zu beschönigen, sondern sie, um der teuren Wahrheit willen, sogar noch zu übertreiben. Sehr schön und nobel gebildet dagegen waren Hände und Füße, besonders die langfingerigen und elegant empfindsamen Hände mit Resten von Salböl in den Nagelbetten. Und dass die beherrschende Leidenschaft dieses verwöhnten, die Köstlichkeit seiner Geburt offenbar mit Selbstverständlichkeit hinnehmenden Knaben die Erkenntnis des Höchsten sein sollte, war sonderbar zu denken. Und Abrahams schauend beiseite stehender Enkel wunderte sich, in wie unterschiedlicher Menschlichkeit ganz fern und fremd die eine der anderen, die Gottes Sorge doch auf Erden erscheine. Amenhotep also hatte sich den beiden Kunstmeistern wieder zugewandt, um sie zu verabschieden, einfachen, kräftigen Männern, von denen der eine damit beschäftigt war, die auf ein Postament gestellte, unfertige Tonstatuette, die er dem Auftraggeber vor Augen geführt hatte, in ein feuchtes Tuch zu schlagen. »Mache es gut, guter Autor«, hörte Josef die sanfte und spröde, etwas zu hoch liegende, dabei leicht weihevoll getragene, aber abwechselnd damit, in ein hastigeres Zeitmaß fallende Stimme wieder, auf die er schon draußen gelauscht. »Mache es, wie Pharao dich angewiesen, mache es lieb, lebendig und schön, wie mein Vater am Himmel es will. Noch sind Fehler in deiner Arbeit, nicht Fehler des Handwerks, du bist sehr tüchtig, aber Fehler des Geistes. Meine Majestät hat sie dir nachgewiesen, und du wirst sie verbessern. Du hast meine Schwester, die süße Prinzessin Baget-Aton, noch zu sehr in der alten Totenweise gebildet, dem Vater zuwider, dessen Willen ich weiß. Mache sie lieb und leicht, mache sie nach der Wahrheit, die das Licht ist, und in der Pharao lebt, denn er hat sie in sein Inneres gesetzt. Lass sie eine Hand mit einer Frucht des Gartens, einem Granatapfel zum Munde führen, und lass ihre andere Hand lose herabhängen, nicht die steife Fläche zum Körpergewand, sondern die gerundete Fläche nach hinten. So will es der Gott, der in meinem Herzen ist, und den ich kenne, wie keiner ihn kennt, weil ich aus ihm hervorgegangen bin. Dieser Knecht, antwortete Auta, indem er mit einer Hand die lettende Figur umwickelte und die andere gegen den König aufhob, wird es genau machen, wie Pharao gebietet, und es mich zu meinem Glück gelehrt. Der Einzige des Reh, das schöne Kind des Aton. Danke dir, Auta, danke dir, lieb und freundlich. Es ist wichtig, verstehst du? Denn wie der Vater in mir ist und ich in ihm, so sollen alle eins werden in uns, das ist das Ziel. Dein Werk aber, im rechten Geiste geschaffen, kann vielleicht ein wenig dazu beitragen, dass alles eins werde in ihm und mir. Und du, guter Beck! Bedenke Auta, ließ sich hier die fast männlich-tiefe Stimme der Göttin Witwe von ihrem Hochsitze her vernehmen, bedenke immer, dass Pharao es schwer hat, sich uns verständlich zu machen, und dass er wohl etwas mehr sagt, als er meint, damit das Verständnis ihm bis zu dem Gemeinden folge. Was er meint, ist nicht, dass du die süße Prinzessin Bucket-Aton essend darstellen sollst, wie sie in die Frucht beißt, sondern du sollst ihr den Granatapfel nur in die Hand geben und sie den Arm leise heben lassen, sodass man vermuten mag, sie wolle das Obst allenfalls zum Munde führen. Das wird des Neuen genug sein und ist das Gemeinte, wohin Pharao dich bringen will, wenn er sagt, dass du sie sollst davon essen lassen. Auch musst du etwas von dem abziehen, was seine Majestät von der hängenden Hand sagte, dass du die Gehülte solltest gänzlich nach hinten kehren. Drehe sie nur leicht vom Körper weg, nur zur Hälfte, das ist das Gemeinte und wird dir Lob und Tadel genug eintragen. Dies zur Verständigung. Ihr Sohn schwieg einen Augenblick. Hast du verstanden? fragte er dann. Ich habe, antwortete Auta. So wirst du verstanden haben, sagte Amenhotep, indem er auf das leierartige Gerät in seinem Schoße niederblickte, dass die große Mutter natürlich etwas weniger sagt, als sie meint, indem sie meine Worte zu dämpfen sucht. Du kannst die Hand mit der Frucht schon ziemlich weit gegen den Mund führen und was die Freie betrifft, so ist es ja ohnehin nur eine halbe Drehung, wenn du ihre Fläche vom Körper wegdrehst nach hinten, denn ganz nach außen herum dreht niemand die Fläche und du würdest gegen die lichte Wahrheit verstoßen, wenn du es so machtest. Da siehst du, wie weißlich die Mutter mein Wort gedämpft hat. Verschmitzt lächelnd blickte er auf vom Gerät, wobei er kleine, zu blasse, zu durchsichtige Zähne zwischen den vollen Lippen zeigte und blickte zu Josef hinüber, der ihm entgegen lächelte. Übrigens lächelten auch die Königin und die Handwerksmeister. Und du, guter Beck, fuhr er fort, reise, wie ich dir es auftrug, reise nach Jebu, reise ins Elefantenland und hole vom roten Granit, der dort wächst, eine schöne Menge, und zwar von dem Allerherrlichsten, der mit Quarz und schwärzlichem Glimmer durchsetzt ist, du weißt schon, an welchem mein Herz hängt. Siehe, der Pharao will das Haus seines Vaters zu Karnak schmücken, dass es Amunds Haus übertreffe, wenn nicht an Größe, so doch an Kostbarkeit des Gesteines. Und der Name, Glanz des großen Aton, sich immer mehr einbürgere für seinen Distrikt, als Übergang dazu, dass vielleicht Weset selbst die ganze Stadt eines Tages einmal den Namen Stadt des Glanzes Atons annehmen möchte, im Munde der Menschen. Du kennst meine Gedanken und ich vertraue auf deine Liebe zu ihnen. Reise, du Guter, reise sogleich. Pharao wird hier sitzen in seinen Kissen, und du wirst in die Ferne reisen, Strom auf und die Beschwerden tragen, die es kostet, den roten Stein zu gewinnen und ihn in schöner Menge hinabzuschleppen und zu Schiffen nach Theben. So ist es, und so sei es denn auch. Wann wirst du reisen? Morgen früh, antwortete Beck. Wenn ich Weib und Haus versorgt und die Liebe zu unserem süßen Herrn, dem schönen Kinde des Aton, wird mir Reise und Mühen so leicht machen, als säße ich in den weichesten Kissen. Gut, gut, und geht nun, ihr Männerpackt ein, und geht ein jeder zu seinem Werke. Pharao hat wichtige Geschäfte. Nur äußerlich ruht er in den Kissen, innerlich ist er höchst angespannt und eifrig und sorgenvoll. Eure Sorgen sind zwar schön, aber gering im Vergleich mit seinen. Lebet wohl und geht. Er wartete, bis die Meister sich verehrend zurückgezogen hatten, sah aber unterdessen schon Josef an. Tritt nah, Freund, sagte er, als der Bienenforn sich hinter ihnen geschlossen hatte. Tritt bitte näher heran, lieber Chabire von Rettenu. Fürchte dich nicht und erschreck nicht vor deinen Tritten. Komm nur ganz nah. Dies ist die Mutter Gottes, Teje, die Millionen Jahre lebt, und ich bin Pharao. Aber denke nicht weiter daran, dass du nicht erschrickest. Pharao ist Gott und Mensch, aber er legt so viel Gewicht aufs Zweite wie aufs Erste. Ja, es freut ihn, es freut ihn zuweilen, bis zum Trotz und bis zum Zorne, den Menschen hervorzukehren und darauf zu bestehen, dass er ein Mensch ist wie alle, von einer Seite gesehen. Es freut ihn, den Grießkramen ein Schnippchen zu schlagen, die da wollen, dass er sich immer nur ebenmäßig als Gott gehabe. Und damit schlug er wirklich mit seinen schlanken Fingern ein Schnippchen in der Luft. Aber ich sehe, du fürchtest dich nicht, fuhr er fort, unterschrickst nicht vor deinen Dritten, sondern tust sie mit gelassener Anmut zu mir her. Das ist angenehm, den vielen schwindet die Seele, wenn sie vor Pharao stehen sollen, ihr Herz verlässt sie, es geben ihnen die Knie nach, und sie können nicht lebend von Tod unterscheiden. Du bist nicht vom Schwindel gerührt, Josef schüttelte lächelnd den Kopf. Das kann drei Gründe haben, sagte der Königsknabe. Entweder ist es so, weil deine Abstammung edel ist in ihrer Art, oder weil du in Pharao den Menschen siehst, wie er es gern hat, wenn es mit dem Hintergedanken seiner Göttlichkeit geschieht, oder aber, weil du fühlst, dass auf dir selbst ein Abschein des Göttlichen liegt, denn du bist schön und wunderhübsch wie ein Bild. Meine Majestät bemerkte es gleich, als du eintratest, und obgleich es mich nicht überraschte, da man mir gesagt hatte, dass du der Sohn einer Lieblichen seiest, erregte es doch meine Aufmerksamkeit, und bezeugte es doch, dass der dich liebt, der die Schönheit der Gestalt schafft, durch sich selbst allein, der den Augen Leben und Sehkraft verleiht, durch seine Schönheit, für seine Schönheit. Man kann die Schönen die Lieblinge des Lichtes nennen. Er betrachtete Josef wohlgefällig, mit schrägem Kopfe. »Ist er nicht wunderhübsch und schön wie ein Lichtgott, Mamachen?« fragte Thee, die ihre Wange auf drei Finger ihrer kleinen, dunklen, von Steinen blitzenden Hand stützte. »Du hast ihn der Weisheit und der Deutungskunst wegen vor dich berufen, die man ihm nachsagt,« erwiderte sie ins Leere blickend. »Das hat miteinander zu tun,« sagte Amenhotep rasch und eifrig einfallend. »Darüber hat Pharao viel nachgesonnen und viel vernommen und sich unterredet mit Sendbuten, die ihn besuchten, oft und weither aus der Fremde Magiern, Priestern und Eingeweihten, die ihm Kunde brachten aus Ost und West von den Gedanken der Menschen. Denn was muss er nicht alles vernehmen und wohin nicht lauschen, um zu prüfen, zu wählen und das Nutzbare nutzbar zu machen? Zur Vollendung der Lehre und zur Errichtung des Bildes der Wahrheit nach dem Willen seines Vaters am Himmel. Schönheit, Mamaichen, und du, lieber Amu, hat mit Weisheit zu tun, nämlich durch das Mittel des Lichtes. Denn das Licht ist das Mittel und ist die Mitte. Von wo Verwandtschaft strahlt nach drei Seiten hin, zur Schönheit, zur Liebe und zur Erkenntnis der Wahrheit. Denn diese sind eins in ihm und das Licht ist ihre Dreieinigkeit. Fremde trugen mir die Lehre zu von einem anfänglichen Gotte, aus Flammen geboren, einem schönen Gott des Lichts und der Liebe und sein Name war erstgeborener Glanz. Das ist ein herrlicher, nutzbarer Beitrag, denn es erweist sich darin die eine Leihheit von Liebe und Licht. Licht ist aber schöner zu Wohl wie Wahrheit und Wissen und wollte das Mittel der Wahrheit wissen, so ist's, die Liebe. Von dir nun sagt man, wenn du einen Traum hörst, dass du ihn deuten kannst? fragte Josef errötend, da seine eigenen schwärmerischen Worte ihn beschämten und verwirrten. Nichts von mir, oh Herr, in diesem Zusammenhang, antwortete Josef. Nicht ich kann's, Gott allein kann es und er tut es zuweilen durch mich. Alles hat seine Zeit, Träume und Deuten, da ich ein Knabe war, träumte ich und feindliche Brüder schalten mich den Träumer. Jetzt, wo ich schon ein Mann bin, kam die Zeit des Deutens. Meine Träume deuten sich mir und allenfalls gibt mir Gott, dass ich Träume deute in der anderen. Bist du also ein prophetischer Jüngling, ein sogenanntes inspiriertes Lamm, erkundigte sich Amenhotep, es scheint, dass man dich in diese Ordnung einzureihen hat, wirst du mit den letzten Worten Tod umfallen, nachdem du dem König in Verzückung die Zukunft gekündet und dass er dich feierlich bestatte und deine Weissagungen aufzeichnen lasse, um sie der Nachwelt zu überliefern? Nicht leicht, sprach Josef, ist die Frage des großen Hauses zu beantworten, nicht mit Ja, nicht mit Nein, sondern höchstens mit Beidem. Deinen Knecht erstaunt es und trifft ihn rührend ins Herz, dass du geruchst, ein Lamm, nämlich das Inspirierte in ihm zu sehen. Denn ich bin dieses Namens kindlich gewohnt von meinem Vater, dem Gottesfreunde her, der mich das Lamm zu nennen pflegte, und zwar, weil meine liebliche Mutter, um die er diente, zu Sinia, überm verkehrt fließenden, die Sternenmarkt, die mich gebar im Zeichen der Jungfrau Rahel hieß, das ist Mutterschaf. Dies aber berechtigt mich nicht, deiner Annahme, großer Herr, unbedingt zuzustimmen und zu sprechen, ich bin's, denn ich bin's und bin's nicht, eben weil ich es bin, das will sagen, weil das Allgemeine und die Form einer Abwandlung erfahren, wenn sie sich im Besonderen erfüllen, also das Unbekannt wird, das Bekannte und du es nicht wiedererkennst. Erwarte nicht, dass ich tot umsinken werde bei meinem letzten Wort, weil es sich so gehört. Dieser, dein Knecht, den du aus der Grube riefest, erwartet es nicht, denn es gehört nur zur Form, nicht aber zu mir, indem sie sich abwandelt. Auch werde ich nicht in Verzückung schäumen, nach dem Muster des prophetischen Jünglings, wenn Gott mir gibt, dem Pharao wahr zu sagen. Da ich ein Knabe war, verzückte es mich wohl, und ich schuf Sorge dem Vater, indem ich die Augen rollte, gehörnten Nacktläufern gleich und Orakel lallern. Das hat der Sohn von sich abgetan, seit er etwas zu Jahren kam und hält's mit dem Gottesverstande, auch wenn er deutet. Deutung ist Verzückung genug, man muss nicht auch noch dabei geifern. Deutlich und klar sei das Deuten, kein Aula saukaulala. Er hatte beim Sprechen nicht nach der Mutter geschaut, aber aus dem Augenwinkel sah er nun, dass sie Zustimmung nickte auf ihrem Hochsitz. Sogar ließ sie die fast männlich-tiefe, energische Stimme ihres zierlichen Körpers vernehmen und äußerte, »Hörens und Beherzigenswertes spricht der Fremde vor Pharao.« Darauf durfte Josef nur fortfahren, denn der König schwieg für den Augenblick und ließ den Kopf hängen mit der schmollenden Miene eines milde gescholtenen Knaben. Es hängt aber, ging der Belobte weiter, die Gefasstheit beim Deuten und Weissagen nach dem Dafürhalten dieses Geringen damit zusammen, dass es ein Ich ist und ein einzig Besonderes, durch das die Form und das Überlieferte sich erfüllen, dadurch wird ihnen meines Erachtens das Siegel der Gottesvernunft zuteil. Denn das musterhaft Überlieferte kommt aus der Tiefe, die unten liegt und ist, was uns bindet. Aber das Ich ist von Gott und ist des Geistes, der ist frei. Dies aber ist gesittetes Leben, dass ich das bindend Musterhafte des Grundes mit der Gottesfreiheit des Ich erfülle und ist keine Menschengesittung ohne das Eine und ohne das Andere. Amenhotep nickte seiner Mutter mit hohen Augenbrauen zu und applaudierte, indem er eine Hand gerade aufstellte und mit zwei Fingern der anderen leicht gegen die Fläche schlug. »Hörst du, Mamaichen«, sagte er, »das ist ein einsichtiger und hochbegabter Jünglingsmann, den meine Majestät da kommen ließ. Erinnere dich bitte, dass ich es war, der ihn aus eigenem Entschluss zu Hofe rief. Pharao ist auch sehr begabt und fortgeschritten für seine Jahre, aber es ist ungewiss, als ob er dies mit dem bindenden Muster der Tiefe und der Würde von oben hier so zu ordnen und auszumachen gewusst hätte. Also bist du nicht an das bindende Muster des schäumenden Lammes gebunden?« fragte er, »und wirst Pharao nicht das Herz zermalmen mit der hergebrachten Verkündigung gräulichen Elendes, das kommen soll und des Einbruchs der Fremdvölker, dass da wird das Unterste zu Oberst gekehrt werden?« Er schauderte, »man kennt das«, sagte er mit erbleichenden Lippen, »aber meine Majestät muss ich ein wenig schonen und erträgt schlecht das Wilde, sondern braucht das Liebe und Zarte. Das Land ist zugrunde gegangen, es lebt in Aufruhr, Beduinen durchziehen es, Arm und Reich sind vertauscht, die Gesetze haben aufgehört, das Wild der Wüste trinkt aus den Wasserläufen, man lacht das Lachen des Todes, Reh hat sich abgewandt, man weiß nicht, wann Mittag ist, denn man erkennt nicht den Schatten der Sonnenuhr, die Bettler essen die Opfergaben, der König wird gefangen, hinweggeschleppt, und nur in der Trost bleibt, dass es danach durch Erretters Macht wieder besser wird. Dass die Modelung des Hergebrachten durch das Besondere solche Schrecknisse ausschließen wird?« Josef lächelte, »es war hier, dass er die verzeichnete, oft als gewandt und höflich gerühmte Antwort gab, Gott wird doch Pharao Gutesweis sagen.« »Du sagst Gott«, forschte Amenhotep, »du sagtest es mehrmals schon, welchen Gott meinst du? Da du von Zahi bist und von Amu, nehme ich an, dass du den Ackerstier meinst, den sie Baal, den Herrn nennen, im Osten?« Josefs Lächeln wurde verschwiegen, er schüttelte den Kopf dazu. »Meine Väter, die Gottesträumer«, sagte er, »schlossen ihren Bund mit einem anderen Herrn.« »Dann kann es nur Adonai, der Bräutigam sein«, sagte der König schnell, »um den die Flöte klagt in den Schluchten und der aufersteht.« »Du siehst, Pharao weiß sehr genau Bescheid unter den Göttern der Menschen, alles muss erkennen und prüfen und ein Goldwäscher sein, der das Körnchen Wahrheit aus dem Absurden läutert, damit es helfe, die Lehre zu vervollkommenen von seinem ehrwürdigen Vater. Pharao hat es schwer, aber auch gut, sehr gut, und so ist's königlich. Ich habe das ausgemacht dank meiner Begabtheit. Wer es schwer hat, soll es auch gut haben, aber nur er. Denn es nur gut zu haben, ist ein Ekel, aber es nur schwer zu haben, ist auch nicht das Rechte. Wie meine Majestät beim großen Tributfest in dem schönen Kiosk der Erscheinung sitzt, neben der süßen Gemahlin und die Boten der Völker, Mooren, Libyer und Asiaten, führen in unaufhörlichem Zuge die Abgaben der Welt, Gold in Barren und Ringen, Elfenbein, Silber in Vasenform, Straußenfedern, Rinder, Büssus, Geparden und Elefanten an mir vorüber. Auch sitzt der Herr der Krone nur da, in der Schönheit seines Palastes inmitten der Welt und empfängt in gebührender Bequemlichkeit den Gedankentribut der bewohnten Erde. Denn wie mir schon zu erwähnen gefiel, es lösen die Sänger und Seher fremder Götter einander ab, die an meinen Hof kommen aus sämtlichen Gegenden, von Persien, dessen Gärten man rühmt und wo man glaubt, dass einst die Erde Plan und Eben sein wird und alle Menschen einerlei Lebensart, Recht und Sprache haben werden, von India, vom Lande, wo der Weihrauch wächst, vom sternkundigen Babel und von den Inseln des Meeres. Sie alle besuchen mich, sie ziehen vorüber an meinem Stuhle und meine Majestät unterhält sich mit ihnen, wie sie sich jetzt mit dir, dem besonderen Lamme, unterhält. Sie tragen mir das Frühe und Späte vor, das Alte und Neue. Zuweilen hinterlassen sie merkwürdige Souvenirs und göttliche Abzeichen. Siehst du das Spielwerk hier? Und er hob das gewölbte und beseitete Ding aus seinem Schoße und zeigte es Josef.